Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aneverball, mal wieder und zwar Tour de Force Level 8. Testen Sie Ihr Gedächtnis. Ja, ich kann mal schon denken, was hier passiert. Gibt es hier Wände oder nicht? Oh, cool. Das ist ja schön und da verlangt ja auch noch 80 Münzen von uns ab. Und wir sollen uns den Weg hier auch noch merken. Toll. Na gut, es geht, sag ich mal. Hier rein und jetzt nach links. Ne, hier hinter muss ich. Und jetzt bitte mal die Wände hoch. Ah, jetzt kann ich einfach... Hier entlang, also Zeit, weiß ich nicht, sollte ausreichen. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier scheinbar wieder zurück, weil es hier nicht weiter geht. Behaupte ich mal, oder? Nee, ich muss tatsächlich da wieder zurück. Okay, gut zu wissen. Irgendwie hier ging das jetzt irgendwo rein und jetzt einfach hier vorziehen. Einmal Plattform nach oben, bitte. Danke. Und jetzt einfach hier links. Das ist doch recht leicht. Würde ich mal behaupten. Einmal Plattform wieder nach oben, danke. Na, jetzt habe ich doch die rote Münze ausgelassen, oder? Da komme ich glaube ich nicht mehr hin. Egal. Die ignorieren wir jetzt einfach mal. Und holen uns aber dafür hier oben mal die beiden blauen. Huch. Halt. Na, jetzt. Hinten ist doch eine blaue Münze. Holen wir uns auch noch. So, und jetzt, wie kommen wir jetzt hier wieder zurück? Ich glaube hier runter und dann hier rechts oder so war das doch, ne? Na. Ziel ist glaube ich hier hinten, oder? Ja. Ach, das ist ja dicke zu schaffen, das Level. Da brauchen wir uns überhaupt gar keinen Kopf machen. Und ins Ziel. Das war's. Nächstes Level. Le Cours, Efrené. Drehen Sie ein paar Runden. Äh, nö, ich glaube nicht. Ach, hier kann man dafür einfach aufs Gas drücken, oder sehe ich das richtig? Dass man hier einfach bloß Gas geben muss. Cooles Level. Wenn noch ein bisschen, ähm, ja, ich sag einfach mal Uiuiui. Eintönig. Und noch eine Runde, schnelle, schnelle, schnellste Runde von Never Proo vorbei. Das kann jetzt schon die Entscheidung gewesen sein. Ich hoffe aber, die Zeit reicht noch, um diesen Fehler zu verzeihen. Ah, ich glaube, das war's definitiv jetzt. Wir fangen noch mal neu an. Okay, und ab dafür. So, der erste Checkpoint. Und, den hält man jetzt den zweiten. Da frage ich mich wieder mal, was an diesem Level jetzt, ich sag mal so, extrem schwer sein soll. Vermutlich ist es doch die Zeit, die einem hier ein bisschen pressiert. Uiuiuiui. Das war jetzt knapp. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich wieder über diese... Halt, 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 halt. Uiuiuiui. Das war eng. Das war knapp. Jetzt hab ich mir ein bisschen... Und ins Ziel. Yeah. Cool. Ging doch. Nächstes Level. Le cycle eternal. Meiden Sie Teleporter. Set. Go. Okay. Ich kann mir schon irgendwie denken, was bei den Teleportern passiert. Die Frage ist, wie macht man das am besten? Erstmal runterfallen, das ist das Richtige. hmmm Uiuiuiuiuii Das ist ja übel Jetzt sind wir wieder am Start. Aber ich finde das gut. Man kann ja offensichtlich einfach dumm durchziehen oder auch nicht. Gibt es da Zwischenräume, wo kein Teleporter ist? Offensichtlich nicht. Ich würde gerne mal jetzt hier auf so einer Plattform irgendwie drauf. Geht das? Und offensichtlich fliege ich dann wieder hier total durch die Kante und faile. Okay. Na gut. Hallo? Warum reagieren? Ach jetzt. Jetzt waren wir am Ziel, aber uns haben die Münzen gefehlt, um dort hinzukommen. Super. Also man kommt dort durch. Irgendwie. Man muss vielleicht bewusst irgendwie hier... Oh, wo bin ich jetzt gelandet? Oh, das war jetzt nicht so intelligent. Vielleicht muss man irgendwie bewusst... Wie der letzte Trottel, sag ich mal, hier hin und her springen. Und... Oh, die 10er Münze, die hätte ich gebraucht. Und hoffen, dass man irgendwie... Dann mal die Münzen trifft. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwie... Oh, was ist jetzt los? Bin ich eigentlich... Ah, nein! Und go, go, go. Und... Ach, da gibt es sogar teilweise doppelt so dran. Teleporter, das ist ja auch mal gemein. Eine Münze fehlt und wir sind aber rausgefallen. Nächster Versuch. Jetzt einfach... Runterfallen. Jo, cool. Ja, ein endloser Kreislauf. Okay, hochkonzentriert gehen wir jetzt noch mal ran an die Sache. Vorsichtig. Ich sollte vielleicht auch mal ein paar Münzen einsammeln. Jetzt habe ich eh noch. Ich glaube, das Level muss man so machen, indem man hier nicht in den Teleporter reinfällt. Oder doch? Nein, 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 nein. Bloß nicht runterfallen. Bloß nicht runterfallen. Wo wir jetzt schon relativ weit wieder sind. Oh. Blaue Münze, ich will dich. Ball out. Ready, set, go. Hm. Hm. Oh. Aber ich glaube, hinten das Ziel. Diese Wand, die da hinten steht, sieht man die von hier? Ein bisschen. Die macht mir eigentlich noch am meisten Angst. Jetzt haben wir die blaue Münze, aber wir sind natürlich wieder runtergefallen. Ja, ja, ja. War ja abzusehen. Bei uns haben wir enorm können, das wir hier an den Tag legen. Und jetzt. Bang. Oh, es hat mir fast bis hinten geschafft. Wie. Ich wollte da jetzt eigentlich nicht rein. Komm, gib mir die blaue Münze. Ja, jetzt. Jetzt haben wir alle Münzen, die wir brauchen. Jetzt müssen wir noch irgendwie ins Ziel kommen hier. Ui, ei, ei. Oh, das hätte nicht sein müssen. Puh, das hätte nicht sein müssen. Ich will doch nicht in diese Teleporter, Mensch. Raffst du das mal? Oh, das war jetzt aber schon knapp. Ach, Mensch. Blaue Münze kommt zu mir. Oh. Oh, meine Fresse. Machen wir das jetzt mal anders. So. Und. Los. Oh, jetzt bin ich wieder in die falsche Richtung. Halt. Oh, das war wieder daneben. Ich glaube, das hätten wir zeitlich eh nicht mehr geschafft. Oh. Wo bin ich? Nein. Oh. Oh. Go. Okay. 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 nein das soll doch nicht wieder so eine ewig lange folge werden die letzten folgen mensch so lange kurz mal drei level durch und dann nicht schon wieder eine halbe stunde aufnehmen oh was ist das wenn ich einfach mal hier von hier einfach geradeaus durchziehen ob das was bringt scheinbar nichts scheinbar nichts danke danke und einmal durch starten nein 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 dort die münze die will ich haben auch mensch und juhu und drüber hinaus geflogen das kann doch nicht angehen ja ah ja danke danke ist das bescheiden und jetzt hätten wir es fast ins ziel geschafft aber die münzen hätten eh nicht gereicht die wir bereits eingesammelt haben doch ist das hier nicht eine jetzt brauchen wir noch eine münze aber ich glaube nicht dass wir das ins ziel retten können danke nein böses ellwort ganz böses ellwort wo ist das gleich die blaue münze es wäre so schön gewesen ich bin es wäre so schön ich bin 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 so, Ziel ist offen jetzt müssen wir nur noch dorthin kommen ich sehe das ja eigentlich noch nicht, dass wir dorthin kommen aber man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben, Flipper ah, das wäre das jetzt natürlich gewesen ach, diese verfluchten Teleporter, ey, die gehen mir doch sowas von aufs das Ziel ist offen ich will doch bloß jetzt dort ins Ziel bitte, jetzt einfach durchziehen ach, das kann doch nicht sein das kann doch nicht sein und schon wieder drüber hinaus geflogen ich sage nochmal, letzter Versuch vielleicht halt okay, wisst ihr was, Leute, bis zur nächsten Folge tschüss ich habe jetzt einfach keinen Nerv dazu ich mache es vielleicht offscreen oder sowas, keine Ahnung aber jetzt ist die Aufnahme schon wieder über 20 Minuten und ich will euch nun wirklich nicht mit diesem ständig mit diesem einen Level da nerven und ich sage nochmal bis dahin tschüss, bis zum nächsten Video Tschüss, bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal